Obwohl es da ja in der letzten Woche ziemlich gekracht hat bei der Koalitionsklausur, hat die Linke aber so etwas wie Stabilität hier in die Diskussion der letzten Tage reingebracht, indem sie gesagt hat, wir schicken selbstverständlich als Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau wieder ins Rennen. Die war das schließlich schon. Und eigentlich ist es auch so üblich, dass man einen Bundestagsvizepräsident, der schon mal Präsident war, sozusagen wieder nominiert. Das Ganze sieht bei der SPD ja ein bisschen anders aus. Bei der Linken jedenfalls. Da wird Petra Pau morgen nominiert. Und Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende, äußerte sich vor der Fraktionssitzung der Linken, die Ausschau begonnen hat. Wir haben die Fraktionssitzung, die erste nach der Klausur, vorbereitet und vor allen Dingen die morgige konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages. Sie kennen die Entscheidung der Linken, dass wir Petra Pau als Vizepräsidentin vorschlagen. Wir haben uns ansonsten mit den anderen Kandidaten beschäftigt. Aber auch da kennen Sie unsere Positionierung zu einem, die wir geschlossen vorgenommen haben. Und das ist die des AfD-Kandidaten, den niemand von der Linken morgen wählen wird. Ansonsten spielt natürlich das Thema Regierungsbildung eine entscheidende Rolle. Mit großem Interesse kann man ja zur Kenntnis nehmen, dass es offensichtlich einen prima Klima-Club gibt, der sich vor allen Dingen mit Personalentscheidungen beschäftigt. Man wird großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass die Grünen einen zweiten Vizekanzler fordern. Finde ich zumindest anspruchsvoll, zumindest wenn man noch gar keine Koalition gebildet hat, aber Posten verteilt. Mit Interesse nehme ich zur Kenntnis, dass der Finanzminister ja unbedingt den FDP-Hand geben muss und, und, und. Ich fordere die Parteien auf, endlich zur Substanz zu kommen. Nicht schöne Balkonbilder anzubieten, sondern das, was die Menschen erwarten, nämlich eine Regierungsbildung und die Widmung, dass sich die Parteien den zentralen Themen in unserem Land widmen, dass das endlich geschieht. Und da ist das Mindeste, dass man mal einen Zeithorizont festlegt, wann soll die Regierung gebildet werden, wann sollen Ergebnisse vorliegen, damit sowohl die Mitglieder des Bundestages aller Parteien als auch die Menschen in diesem Land etwas mehr Klarheit haben, was dann in den nächsten Jahren geschehen soll. Wir als Linke haben uns natürlich auch dazu verständigt, was wir als erstes in den Deutschen Bundestag einbringen wollen. Natürlich geht es morgen auch um Geschäftsordnungsdinge und Ähnliches, aber wir haben entschieden, dass wir zunächst ein Thema wieder aufrufen, die gesamte Frage des Lobbyismus. Wir wollen ein Gesetz zur Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters vorlegen, damit der Lobbyismus zumindest kenntlich gemacht werden kann, weil die Entwicklung der letzten Jahre war hier eine zutiefst unschöne. Wir haben zweitens den Vorschlag, dass das Kooperationsverbot aufgehoben werden soll. Wir hatten ja im Wahlkampf die interessante Situation, dass Sozialdemokraten, Freie Demokraten, Grüne und Linke der Auffassung waren, dass das Kooperationsverbot fallen sollte. Es ist eine gute Gelegenheit, diese Versprechen aus dem Wahlkampf zügig umzusetzen. Zumindest streben wir an, dass es dazu eine schnelle Debatte gibt. Und als Drittes wollen wir ein Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie vorlegen, um auch dieses Thema im Deutschen Bundestag und darüber hinaus in der Gesellschaft weiter zu diskutieren. Wir werden in der jetzt stattfindenden Fraktionssitzung die verbleibenden Personalentscheidungen treffen und uns auf die morgige konstituierende Sitzung vorbereiten. Die Linke wird nahezu geschlossen morgen vertreten sein. Und ich hoffe, dass diese Sitzung nach den Regeln des Deutschen Bundestages stattfinden kann. Das Wahlergebnis ist für uns natürlich Anlass, Fragen nicht nur zu stellen, sondern darüber nachzudenken, wie wir auch verlorenes Vertrauen wieder gewinnen können. Dazu zählt zweifelsfrei auch das Thema Flüchtlinge, wobei es da bei der Grundlinie bleiben wird. Der erste Punkt ist, Fluchtursachen bekämpfen. Und zweitens ist, in Deutschland dafür zu sorgen, dass der soziale Zusammenhalt erhalten bleibt. Das sind unsere Kernpositionen und wir werden dort weiter debattieren. Aber es gibt im Moment keinerlei Bestrebungen, etwa Beschlusslagen von der vergangenen Fraktion oder der Partei zu verändern. Ja, also das Thema Flüchtlinge ist nicht nur für die Opposition im künftigen Deutschen Bundestag wichtig, sondern natürlich auch für die Koalitionäre. Darüber wird man am Donnerstag in der Runde reden. Aus der Unionsfraktion, die hier nachher auch zusammentreten wird, war schon zu hören, dass der Kompromiss, den man mit der CSU gefunden hat, eine gute Grundlage ist für die Verhandlungen mit FDP und Grünen. Dass da ein Einlenken auch offensichtlich von den kleinen Partnern erwartet wird. Aber zunächst redet man ja morgen erst einmal über den Finanzrahmen. Und das scheint ja auch dringend geboten, wenn man die aktuellen Zahlen und die Forderungen hört. Aber auch das ist für Sondierungs- und Koalitionsveranstaltungen nichts Neues. Das ist alle vier Jahre so, dass am Anfang natürlich die Wünsche genannt werden und man dann irgendwann konstatiert, das wird alles viel zu teuer. Mal sehen, wie das dann weitergeht in dieser Woche. Jedenfalls nachher, hier um 18 Uhr als letzte Fraktion, tritt die SPD noch mal hier zusammen vor der wichtigen Sitzung morgen der Konstituierung des Deutschen Bundestages. Und bis dahin ist vielleicht auch geklärt, ob Andrea Nahles noch Gesprächsbedarf mit Herrn Glaser hat oder nicht. Jedenfalls hat die SPD auch ein leichtes Problem mit der Frage Bundestagsvizepräsident. Denn bisher war das ja unter anderem für die SPD Ulla Schmidt, den zweiten Posten, den hat man verloren. Die SPD und die CDU hatten ja in der vergangenen Legislatur zwei solche Posten. Aber Ulla Schmidt ist nicht ausgeschieden, sondern würde gerne wieder diesen Posten bekleiden für die SPD. Und da hat sich plötzlich Christine Lambrecht gemeldet und will diesen Posten auch haben. Sie ist die ausgeschiedene parlamentarische Geschäftsführerin der Sozialdemokraten. Und dann gibt es noch Thomas Oppermann, den ehemaligen Fraktionschef. Und hinter dem hat sich die Fraktionsspitze aufgebaut. In einem Brief an die Abgeordneten hat Andrea Nahles diese Entscheidung des Fraktionsvorstandes mitgeteilt, dass man für Thomas Oppermann ist. Übrigens sehr zum Unbild der Frauen in der SPD. Denn dann wäre das ja schon wieder ein Mann. Und so hatte man nicht gerechnet, nachdem Martin Schulz ja gesagt hat, dass er die Partei weiblicher aufstellen will. Vielleicht auch etwas unglücklich von Martin Schulz in diesen Tagen und heute speziell noch einmal zu verkünden, dass er Lars Klingebel als Generalsekretär nominieren wird auf dem Parteitag der SPD im Dezember. Und Lars Klingebel, jetzt habe ich es. Und das ist natürlich ein bisschen unglücklich, denn schon wieder ein Mann, der eine wichtige Position bei den Sozialdemokraten versieht. Mal sehen, wie die SPD-Frauen da heute Abend drauf reagieren. Da dürfte es tatsächlich zu einer Kampfkandidatur kommen. Aber eins ist unbenommen. Sollte Thomas Oppermann da heute gewählt werden, dann hat er einen breiten Rückhalt auch hier im Deutschen Bundestag. Denn das muss auch noch mal betont werden. Normalerweise sind die Nominierungen des Bundestagspräsidenten und der Vizepräsidenten so, dass die anderen Fraktionen zwar frei wählen können, aber diese natürlich unterstützen. Aber für alle gilt im ersten Wahlgang über 355 Stimmen, die sogenannte Kanzlermehrheit. Und erst im dritten Wahlgang wäre dann die einfache Mehrheit gefordert. Mal sehen, wie das morgen wird. Bei uns können Sie das, wie gesagt, alles verfolgen in der Sondersendung. Ab 10.30 Uhr vorher schon einige schalten hier zur Fraktionsebene. Denn mehrere Fraktionen treffen sich noch einmal morgen früh. Nur bei den Grünen gibt es morgen wirklich einen Zählappell. Die anderen verzichten darauf und hoffen darauf, dass das Ganze schon klar geht. 709 Abgeordnete, so groß war der Deutsche Bundestag noch nicht. Und 355 ist auch eine Masse. So groß ist die Kanzlermehrheit, so groß war sie demnach auch noch nicht. Und alle, die morgen gewählt werden wollen, müssen zumindest in den ersten zwei Wahlgängen. Darüber springen, was dann mit Herrn Glaser passiert, wie es dann weitergeht. Alles morgen hier bei uns und damit zurück nach Bonn zu Hans-Werner Fittkau.